Willkommen zu Jägerstaffeln Runde. Heute zur zweiten Folge Star Wars Battlefront. Heute spielen wir nicht Vorherrschaft, leider nicht einer in der neuen Planete. Auch, also mit neuen Planeten meinte ich, sie waren nicht in der Beta vorhanden. Das sind Planete, die dann da sind. Jetzt ist zwar einer der Planeten dran, aber nicht Vorherrschaft, sondern Jägerstaffel. Ich war gestern, glaube ich, Level 1 oder 2 mit, aber weiter bin ich Level 15 im Spiel. Hab ein bisschen gesuchtet. Ich glaube, das Maximallevel ist 50. So, Java. X-Wing spielen wir. Jägerstaffel heißt Raumkampf. Das wird lustig. Das wird lustig. Das wird funny fresh, Leute. Oh, Herr. Na, komm. Okay, einer hat man zerstört. Irgendwie. Beschädigt, da ist einer. Komm, 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 komm. Aha. Zerstört. Ich wollte mich mal bedanken für das schöne Feedback unter der ersten Folge Star Wars Battlefront. Das Feedback war echt wunderbärchen und hat mich sehr, sehr gefreut. Dass ihr auch so Star Wars Battlefront feiert auf meinem Kanal. Das freut mich sehr, denn das macht verdammt Bock. Also mir macht es verdammt Bock bisher. Ich habe da richtig meinen Fun, Fun, Fun. Das war, glaube ich, ein, äh, den haben wir schön erledigt. Den haben wir schön erledigt. Wir sind gerade ganz gut dabei, auf jeden Fall. No problem. Oh, er lebt noch. Es ist ja etwas nett mit einer meinen Typen weg. Habe ich den noch erwischt? Ich habe noch einen zerstört. Easy. Easy, Leute. Aber der eine, die eine Art Jäger geht richtig schwer down. Ich weiß gerade nicht, welche das war. Ihr wisst, welche ich meine, oder? Das ist ja noch eine andere Art. Ist jemand... Ja, und die Millennium Falcon auf unserer Seite. Ja, hier gibt es auch Helden. Das finde ich ganz cool. Man kann dann immer mal den Dings beschädigen. Ja. Immer mit der Ruhe, Freund Sahne. Er ist tot, er ist tot. Das war ein anderer Spieler. Das war in diesem Ding, was ich meinte, was total schlecht kaputt geht. Einmal wenden. Ich gebe ihm, ich gebe ihm. Nochmal einmal das Schutzschild an. Ich dachte, wenn man mich hinter mir ist, was? Kommt, ja. Ich muss sagen, die Rauscher machen auch richtig Bock. Habe ich ihn nicht erwischt? Merkwürdig. Oh, jetzt haben wir irgendwas erwischt. Pschu. Come on. Wir müssen mal wieder andere Spieler auffinden. Nein. Oh, da hat mich jemand getötet. Wir sind Platz 1. Wir sind Platz 1. Wir haben ja auch viel rasiert. Aber ich finde nicht so richtig die anderen Spieler. Es gibt ja auch Bots hier zwischendrin. Spieler habe ich erst zwei Stück gesehen und getötet. Mich ein bisschen sad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es sieht verdammt schön aus. Das Spiel muss ich sagen. Auch gerade in der Luft hier am Kampf. Wo ist er hin? Nein, das gibt es doch nicht. Da war ich gerade wieder mit einem Spieler, den ich fast hatte. Der Tiding, okay. Wir haben aber auch gerade nicht so den, äh, das Lacklack, ne? Come on, jetzt müssen wir da mal hin. Aber wo ist zur Hölle da? Ne. Oder? Auf was gehen wir? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin überfordert. Wie schnell ich einfach da rum bin. Aber mich hat auch dieser Dings getötet. Buba. Fett. Das Buba-Fett-Auto. Auto, ja. Wir fahren hier mit Autos umher, Leute. Alles Autos. Ich hab, wo sind denn die ganzen gegnerischen Spieler? Die sind noch voll. Aber sehe ich die irgendwie ganz knallhart? Da ist einer. Da ist er noch. Hab dich. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn erwischt. Das ist auch ein anderer Spieler. Ja. Nice. Da ist er. Ich versuche gerade ihn dazu zu bekommen. Oh Gott. Da muss ich mal einmal ausweichen, ja? Ich komm hier einfach. Dann wird die auch echt nicht los, wenn die hinter einem sind, ne? Alles wieder. Ja! Ich hab wieder einen Spieler im Tümmel getötet. Dann hat mich einer noch erwischt. Aber man wird die echt schwer los, muss ich sagen. Irgendwie. Ich mach alles, was geht. Flieg umher. Bei dir dann loszuwerden, ist echt eine Meisterleistung, ne? Das ist echt nicht leicht. Da ist wieder ein Gegner. Da ist so ein toter Gegner. Da ist wieder dieser Imperial. Da ist wieder der gegnerische Held. Ich glaub, das ist kein Spiel daneben. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sechs Kills nur gemacht. Ah. Aber zwölf KI-Kills. Verluste fünf. Ja. Sechs Kills nur ist irgendwie schade. Ich glaub, ich mach noch eine Runde, oder? Ich mein, der ran. Ich mach noch eine Runde. Dann hab ich noch eine Runde hier. Puh. Aber wir sind gleich Rang 16, Leute. Aber erst nach der nächsten Runde, schätze ich mal. Auf, wie geht's ihm? Ah. Über dem Schneeplaneten. Als Imperium. Dann nehm ich wieder die Toifeite. Oder soll ich mal dieses andere Ding nehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann auch mal das andere probieren. Wir probieren mal das andere. Das ist anscheinend irgendwie stärker. Das hält ein bisschen mehr aus, das Gefühl. You know what I mean? Testen. Wenn wir probieren, geht über studieren, sagt man da, ja? Jägerstaffel. So. Auf, wie geht's ihm? Fahrzeug beschädigt. Ah. Wo ist er jetzt hin? Es ist nicht so gelenkig. Ich wechsle wieder zu Toifeite. Der ist mir zu ungelenkig. Wisst ihr, was ich meine? Man kann nicht so gut wenden und drehen. Jäger und nehmt euch dann ihr Transportschiff vor. Ja, den würde ich gerne haben. Ohne Witz. Warum ist verdammt nochmal immer einer hinter mir? Haben die mir auch einen Kika-Jombie? Immer ist irgendeiner hinter mir. Ich könnte kotzen. Jetzt komm schon. Ich will jetzt auch mal ein paar Kills machen, ohne dass mich jemand durchgehend verfolgt. Das würde mich sehr freuen. Ich will den da vorne. Ich will den da vorne. Warum hält der denn so viel aus? Ich will auch nicht sterben, der hält echt viel aus. Ja. Geht doch. Ich war gerade voll konzentriert, irgendwie den Typen zu verfolgen. Nur weil ich den unbedingt tot haben wollte jetzt. Heidegger-Bimbahn. Ja, ich mach mal den Bot da kaputt. So. Na, den würde ich jetzt gerne kriegen. Ist schon leider zerstört worden. Schade, Schokolade. Da war einer. Dann kriegen wir den irgendwie. Das wäre doch nice. Oder was macht der da hinter dem Berg? Ach, der sah nur so aus. Ah, wir haben ihn erwischt. Doch, doch. Ich dachte gerade, wir haben ihn nicht bekommen. Dann wäre ich traurig gewesen. Ja, ja. Da ist eben noch ein Spieler. Nee. Ich gehe mal kurz ein bisschen zurück. Ja. Yes. Oh, da ist der Million, Falke. Rang 16 erreicht. Nice, da ist er. Ich drehe mal hier einmal schön. Da ist ein anderer Spieler hinter mir, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich dich. Ja. Den haben wir bekommen. Ja. Haben wir Glück gehabt, dass wir den, den haben wir echt auskontern können. Schafft man nicht immer. Ich glaube, das wäre ein anderer Spieler. Weil er so aggressiv auf mich gegangen ist. Bin noch hinter dir. Ich bin noch hinter dir. Schöne Sache. Schade, der hat schon dauernd. Oh. Ja. Ich habe mir irgendwas getötet. Da hat er keinen Spieler. Wäre lustig gewesen. Ja. 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 Ich probiere mal irgendwie ein Turnaround. Irgendwie. Oh. Shit. Millennium Feikel. Haben wir denn keinen Helden hier irgendwo? Gewonnen. Sechs Kills, acht KI-Kills. Diesmal war auch eine gute Runde. War auch eine gute Runde. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal gerne eine Bewertung da. Nächste Folge geht es dann weiter mit Vorherrschaft, würde ich sagen. Dann geht es dann mit dem nächsten Planeten irgendwie weiter. Und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat auch der Modus vielleicht gefallen. Lasst mal eure Kommentare da. Würde mich freuen. Bis dann. Rang 16.